Musik Der Winterschlaf neigt sich dem Ende zu und der Frühling hat schon seine ersten Vorboten geschickt. Wer sehnt sich dann nicht nach wärmeren Temperaturen und Frühlingsstimmung? Auch Betten Ammerer stimmt seine Kundinnen und Kunden mit tollen Angeboten auf den Frühling ein. Ja, alle Jahre wieder im Februar sind bei Ammerer die weißen Wochen. Unsere Kunden wissen das schon und warten schon drauf, weil sie wissen, dass es hier wirklich wunderbare Ware, hochwertige Qualität zu ganz besonders günstigen Preisen gibt, die es vielleicht wirklich das ganze Jahr sonst nicht gibt. Und heuer ist es ganz besonders wichtig, sich einzudecken. Wir wissen ja aus den Medien, die Baumwollpreise sind wirklich im Höhenflug. Sie wird wirklich täglich teurer, kann man sagen. Und es ist gescheit, wenn man sich jetzt wirklich noch eindeckt, weil man nicht weiß, wie hoch das noch geht. Also jetzt kauft man sicher noch günstiger als vielleicht in drei, vier Monaten. Im Zuge der weißen Wochen hat Betten Ammerer ganz besondere Highlights für Sie vorbereitet. Ja, sensationelle Angebote sind zum Beispiel die Fussenecker Bettwäsche in schönen, ausgewählten Designs um sehr günstigen Preis aus der laufenden Kollektion. Und das Besondere daran, die zweite Garnitur gibt es gratis dazu. Also das ist schon ein besonderes Schnäppchen. Dasselbe mit einem Bettenset, ein waschbares Bettenset heißt jetzt Zudecke und Polster in guter Qualität, zum guten Preis. Und auch hier wieder die zweite Zudecke und den zweiten Polster gibt es gratis dazu. Also das wird sicher was, was die Kunden sehr freuen wird. Und das dürfen Sie sich sehr wohl. Bei dieser großen Auswahl wird bestimmt ein jeder fündig. Ob eine Bettwäsche mit erfrischend bunten Farben oder dezent gehaltenen Mustern. Bei Betten Ammerer bleiben keine Wünsche mehr offen. Damit Sie ausgeschlafen und erholt in den Tag starten können, gibt es bei Betten Ammerer ein ganz besonderes Zuckerl. Ja, ein wirklich außergewöhnlich gutes weiße Wochenangebot ist unser Matratzenset. Für alle, die erstens günstig kaufen wollen und zweitens ein bisschen fester schlafen möchten. Und zwar ist das eine Kaltschaummatratze, also ein hochwertiger Kaltschaum, nicht irgendwie ein Billigschaum, in sieben Zonen eingeteilt. Das heißt, das auch wirklich an den richtigen Stellen nachgibt, an den richtigen Stellen stützt. Und der Lattenrost mit beweglichen Latten, das heißt, der passt sich wirklich genau an die Wirbelsäule an. Und das ist ein optimal gutes Matratzenset, Matratze und Lattenrost um 269 Euro. Das heißt, das ist wirklich ein tolles Angebot. Und das Beste, der Matratzenbezug lässt sich wegen des durchgängigen Reißverschlusses in zwei Teilen. Somit können Sie diesen ganz einfach in Ihrer Haushaltswaschmaschine reinigen. Lassen Sie sich diese tollen Schnäppchen bei den weißen Wochen nicht entgehen und besuchen Sie eines Ihrer Ammerer-Geschäfte. In Ried, Scherding, Braunau, Christkirchen, Gmunden, Kirchdorf, Mauthausen, Salzburg und in Everding.